Hallo Leute, herzlich willkommen zu Sega's The Comic Zone. Wir sind in der letzten Folge hier stehen geblieben, weil wir gestorben sind. Und jetzt müssen wir uns wieder durchwagen. So, diesmal haben wir es auf dem ersten Anlauf geschafft. Ja, wir sind hier auf der zweiten Seite der zweiten Episode in diesem Ausbildungstempel oder so. Na komm schon, ich mach' auch fertig. So, einmal gegen die Wand. Bam, bam. Verdammt. Bam, 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 bam. Und, zack, zack. Ah, verflucht. So, einfach mal kurz überspringen und dann müssen sie weg. Ja, du kommst runter, wow. Ich bringe dich auf jeden Fall zu falsch. Bring dich auf jeden Fall in die Hölle. Ich sag, du bist das nicht so. What the hell? Ich hoffe, du bist tot. So, jetzt aber. Gut, das nehme ich mit. Ah, wo ist Roadkill? Jetzt kann ich dieses Fragzeichen nicht mehr holen. Oh, und jetzt habe ich auch... Oh, verflucht. Jetzt muss die kleinen Viecher töten. So, stirb, 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 stirb. Ja, ah, jetzt sind's zwei. Toll. Stirb. Okay, bam, 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 bam. Zack. Oh, Roadkill, wo bist du? Hör auf, schwe... What the hell? Die hat mich mit den Seiten getauscht. Aua. So, komm, stirb, 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 stirb. Zack, 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 zack. Bam. Oh, du bist immer noch nicht tot. So. Jetzt mit... Okay, da der Weg nach unten uns das letzte Mal getötet hat, gehe ich natürlich jetzt diesmal den seitlichen Weg. Äh. Oh, verdammt, verdammt. Fuck, die Seite brennt. Oh, nee, das unten müssen wir auch noch kaputt machen. Schnell, schnell, schnell. Okay, aha. Schnell, schnell. Ich habe keinen Bock zu verbrennen. Äh, wieso habe ich es... Okay. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich sterbe jetzt. Ja. Ich... Hä, wo war der aus? Ah! Da unten rechts. Jetzt sehe ich's. Ah, ja. Endlich frei. In diesem Körper. Aus Fleisch und Blut, erd ich. Äh. Die Welt erschüttert. Ja. Du bist nur ne... Mann, ich geh kann so aufs Gitsch. Äh, ja. Du bist nur eine Zeichnung. Und nichts weiter. Okay. Ja. 52 Prozent. Wir sind mal wieder gestorben. Naja. Ah. Das heißt, ich darf das Ganze nochmal spielen. Aber das tue ich euch jetzt nicht an. Wir sehen uns gleich, wenn ich wieder an diese Stelle gekommen bin, ungefähr. Oder sagen wir an den Anfang der zweiten Seite der Episode. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Diesmal aber mit ein bisschen weniger Leben. Aber dafür habe ich Roadkill. Das heißt... Ja, verflucht. Das war nichts. Ich sollte jetzt halt nur gucken, dass ich da nicht sterbe. So, und... Yes. So, ich hier war nichts. Komm schon. Find was, bitte. Jetzt. Ah, verflucht. Komm schon. Ich muss das teilnehmen. Ich hoffe, da ist irgendetwas Sinnvolles drin. Bist du tot? Nein, immer noch nicht. Jetzt müsstest du aber tot sein. So. Ich nehme auf jeden Fall erstmal das Getränk. Und es hofft, dass da... Ja, eine Granate. Damit kann ich leben. So. Äh, ja. Äh, Roadkill. So, komm her. Oh, verflucht. Komm wieder her. Jetzt. Komm schon, Roadkill. Ja, Mann. Ich werde gleich wütend. So, jetzt kommt's. Verscheucht die. Ja, endlich. Hier geht eine Maus. Ja, ist ganz eklig. Fürchte dich vor ihr. Wow. Schnell, Roadkill. Der hat auch eine Lebensanzeige. Nach dreimal ist er weg. Die Maus stirbt zwar nicht, aber sie verlässt das Penne. So, komm. Bist du tot? Jetzt aber. Oh. Ja, die Ratte könnte mir nützlich sein. Die will aber grad nicht. Ich glaube, ja, du bist sowieso tot. Tot. Ähm, so. Da ich ja diesmal weiß, wo lang ich gehen muss, gehe ich diesmal den Weg lang. Und ich benutze einfach mal kurz die Granate. Deswegen. Kann ich das? So, jetzt einfach. So, jetzt ist das hier schon kaputt. So, komm. Diesmal kenne ich den Ausweg. Und ich, mir ist egal, was da jetzt zu holen gibt. Und ich gehe hier schnell raus. Okay. So. Huh. What the fuck? What the fuck? Okay. Stirb. Geh kaputt. So. Ähm. Hier. Come, Roadkill. Oh, bitte. Leben. Ah. Naja, ist besser als nichts. Ähm. Komm, suchen wir nochmal. Vielleicht finden wir nochmal etwas. Ne, leider nicht. Okay. Oh Gott. Punching-Bälle. Cool. Da sie mir Leben abzocken, wenn ich sie schlage, dann... Deshalb macht er es mir jetzt einfach mal kaputt. Irgendwie war das gar keinen Sinn in diesem Satz. So, und rüberspringen. Geht endlich kaputt. Ah, einer ist noch nicht kaputt. Boah, komm schon. So, bam, bam, bam. So, ich mach dich fertig jetzt. Okay. Tot. Schön. Okay, komm. Bitte, Roadkill. Ich bräuchte jetzt wirklich dringend irgendetwas. Ah. Hauptsächlich Energie. Was ist hier? Ähm. Wow. Ähm, wozu ist der Schalter hier? Ich hab ne Idee. Und zwar... Nee, okay, das war irgendwie Bullshit. Würde das funktionieren, wenn ich Roadkill da hinschicke und... Hä? Oh, war das jetzt nicht geklappt? So, schnell durch. Okay. Ja, ich hab jetzt Roadkill liegen lassen, aber egal. Okay, das ist der zweite Boss jetzt. Ich... Nein. Komm, triff. Ach. Oh, ich bin so blöd. Der ist doch noch nicht mal materialisiert. Äh, hübsche Fingernägel. Ja, toll. Ich hab so gut wie gar keine Energie. Wow, 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 wow. Schlecht, 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 schlecht. Woh. Okay. Komm her. Bäm. Woh. Stirb. Aua. Okay. Nein. 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 Ach, Mist. Okay, ich werde diesmal bis zum nächsten Panel vorschreiten. Ja, dafür... Dafür darf ich echt nicht alles nochmal machen. Nehmen wir mal hin. So, komm. Euch töte ich aber noch, bevor ich irgendwie hier noch eine Pause reinmache in die Aufnahme. Ach, komm schon her. Hallo. So, 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 und, so. Ja, wir sehen dann uns gleich, wenn ich vor dem Boss bin. Bis gleich. Wobei, für euch ist es ja sowieso nur ein Sekundenurteil. So, ich bin wieder hier an dieser Stelle. Oh, und jetzt kommt der Boss, falls jetzt habe ich ein bisschen mehr Lehm, äh, und oben links ist irgendwie zu Grafikhänger. Na ja, jedenfalls sind wir jetzt wieder hier. Ähm, diesmal haben wir nur unseren Megapunch, sag ich mal. Äh, ich hoffe, dass du stirbst. Jetzt, hübsche Fingermäger, na ja, äh, ich möchte, dass, ja, komm, what the fuck, ah, scheiße, hab ich voll vergessen schon. Wow, und, zack, und, yes. Kommst du zur Seite? So, jetzt. Komm, das muss ordentlich abziehen. Oh, komm, dagegen konnte ich es gerade nicht so. Verflucht. So, ah, verflucht. Zack, bämm, bämm. Oh. Ja, das ist nicht so schwer. Sollten wir uns die Wände knallen. Zack. Ja, so geht das. Nochmal. Oha. Bämm. Yes. Ist tot. Immer noch nicht. Okay, jetzt wird's knapp, jetzt wird's knapp. Zack. Wow, wow. Zack. Ja. Komm, bist du tot? Ja. Endlich. Ich hätte nicht gedacht, dass wir es schaffen werden. Er ist tot. Yes. Ja, anjammer das, wo aus Scheiße. Ja, ich weiß, dass ich es gut gemacht habe. Ich hätte nicht gedacht, dass wir es schaffen. Naja. Okay, ich muss auch hier kurz pausieren. So, wieder da. Wir sind in Episode 3. Flug der toten Schiffe nun angelangt. Ja. Ähm. So. Ich würde es aber sagen. Fürs Erste. Ja, wie ein Roadkick. Ja. Ja, du sagst uns etwas, was wir nicht lesen können. Aber egal. Ähm. Fürs Erste reicht's mal hier. What the fuck. Okay. Na, während ich hier. Na, ich mach Pause. Ähm. Ja. Jetzt ist zwar keine Hintergrundmusik mehr da, aber egal. Ähm. Das war's dann jetzt von dieser Folge von Comics Zone von und mit Tags. Wenn's euch gefallen hat, könnt ihr gerne abonnieren. Wir sehen uns einfach dann in der nächsten Folge, wenn's zu Episoden Nummer 3 geht. Auf Wiederhören. Tschüss.